Hallo und herzlich Willkommen bei Anders Waves. Schön, dass du eingeschalten hast. Letzte Folge hatten wir ja, sagen wir mal so, Fracktauchern gemacht und jetzt fliegen oder fahren oder schweben wir zum nächsten Markierung. Das war Trümmerfeld, genau. Fliegen wir mal dahin oder fahren an der Wasserfahrt. Raumfahrt ist ja Raumfahrt. So, Trümmerfeld sind wir schon. Erne, müssen wir weiterfahren. Oh, warte mal, Werkstatt. Oh, da werden wir wieder reparieren. Da können wir ja kommen. Dann fahren wir gleich mal hin. Gehst du automatisch? Was haben wir hier noch? Was ist das? Was bist du? Was war denn das? Ja, das haben wir, das Ausstatt haben wir ja noch. Ja, sechs, dann reicht. So, da fahren wir jetzt mal zum Trümmerfeld und zum... So, los geht's. Ist er aufgeladen? Jetzt er? Repariert und aufgeladen? Denk ich mir? Jo. Jo. So, das ist ein Orcas, oder? Ja. Also hier müsste es noch ein Pokerweil sein. Trümmerfeld, ich muss mich mal nach unten fahren. Guck an. Oh, das bist du. Der Netz. Okay, warum? Warte mal, ich schwimme mal nach oben. Vielleicht kann ich... Na ja, warte mal, ich gucke mal. Ich bin... Ah, das ist bestimmt ja. Kartenende. Warte mal, wir fahren mal nach unten. Hier. Sollen wir doch ein Trümmerfeld, oder? Da kommt doch ein Schöner, ja, soll ich sehen, da kommt doch ein Schöner, da schwimmen wir mal rein. Gleich finden wir was. Ach, ja, ja. Hallo. Ja, nicht? Ach, hör auf. Ne, ja. Hä? Ist doch Trümmerfeld, ja. Und Alken kommen wir sammeln. Okay. Hier hast du noch mehr Algen. Algen? Ja, ja, aber... Ja, ja. Und wir müssen doch mit der Story doch weitergehen. Ich habe keine Lust, jetzt hier rumzueiern, ja? Das war's. Wow. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und ich fahr so mit einem zu fahren. Okay, nee. Was bist du? Du sitzt dafür dazwischen. Okay, kommen wir nicht dran. Hm. Das ist ja komisch, ja? Das ist voll komisch. Hä, wo ist mein... da oben? Warum? Was ist das? Das sieht so aus, ob ich da rein kann. Ja, aber ist auch nicht so. Nee, ist nix. Ich hatte jetzt irgendwie so Geheimnisse. Ist das ein Bus? Liegen die Bus müssen wir fahren, oder? Oh, komm ich rein? Nee, muss ich andersrum gehen. Ist gut, den... Oh, gut. Und eine Sammelfugur. Nein. Was ist das? Eine Hula-Puppe? Du bist weit weg von zu Hause. Hallo? Wir halten das Meer sauber. Oh, alle Worte. Oh, okay. Dann schwimmen wir mal zum Aufkleber. Ich hoffe, wir kleben doch. Sinnlose Scheiße ist das. Du gehörst nicht hierher. Oh, ein Moped. Cool. Du bist ein bisschen weit weg von der Straße, mein Freund. Ah, Metall. Okay. so wir haben es erkundigt alles wegen wir los gibt es ja nicht sauerstoff das haben wir alles haben wir doch alles nicht so abgeschlossen haben wir doch alles das haben wir alles gemacht musste irgendwie möchte ich habe es nur sprechen da dieser ausrufe zeigen also ich konnte mir Das haben wir glaube ich schon gemacht, das ist ja alles abgehakt. Irgendwann kommen wir schon. Scheiße. Ja, ja. Ah, das haben wir nicht gemacht, das sind ja nicht weitergekommen. Das hat es mir gar nicht. Der Druck ist wieder im grünen Bereich, Tim. Sauerstoff funktioniert wohl wieder. Gut, schön, dass wir es diesmal gehoben haben. Diesmal? Ein anderer war wochenlang und bevor er was sagte, verrückt er. Als wir ihn hochholten, war Herr Irre voll neben sich. Er meinte, er hätte dunkel Dinge gesehen. Dinge aus einer anderen Zeit. Was war das? Nichts. Zurück zur Arbeit. Danke, Tim. Stan, da kommt ein wichtiger Auftrag herein. Was hören? Der Sturm hat die Richtung geändert und ein Containerschiff schwer gebeutelt. Was brauchst du? Es hat Container verloren. Wir müssen herausfinden wo und sicherstellen, dass sie unsere Infrastruktur nicht beschädigt haben. Hoffentlich haben sie keine Hauptleitung beschädigt. Schon dabei. Das ist jetzt keine Übung, Stan. Das ist ein echtes Problem. Verstanden. Ich finde sie. Ich muss das mal aufladen. So, wieder rein. Verlorene Container. dreamierlich. Oh! 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 � Musik ist ja richtig so unheimlich. Pokéball! Warte! Ist es ein Pokéball? Kann ich ihn her? Klasse! Ich bin jetzt im Bereich. Gut, mit dem Sonar kannst du die Container finden. Du musst sie checken, dann kann ich die Ladeliste abgleichen. Und vergiss nicht, mir irgendwelche Schäden zu melden, die uns betreffen. Geht klar. Gleich kommt der erste Container. Hey, ein Seehund. Siehst du nicht aus wie ein großer alter Softie? Das machen die so tief da unten. Da können die so tief tauchen. Hake es ab. Alle guten Dinge sind drei. 0, 3, 8, 4. Roger. Eine Lieferung von Princess Griffin-Puppen. Ein Geburtstagsgeschenk, das nun keiner bekommt. Puppen? Aber Aber dieses Ding ist riesig. Willkommen bei den Wundern des internationalen Versands. Warum jetzt alle? Wir hätten es noch welche. Was ist das? Was ist das? Toilettenpapier. Kein Wunder, es ist so doll. Toilettenpapier. Toilettenpapier. Perfekt. 11, 0, 6. Hm. Nicht auf meiner Liste. Oder besser gesagt, ist da, aber der Inhalt ist nicht aufgeführt. Etwas über Tiefseeforschung. Oh, Minus. Sieht so aus, als hättest du eine Art Rohr durchgeschnitten. Du bist im Sektor... Okay. Okay, das ist eine der Hauptlinien. Vergiss es. Weiter geht's. Algen. 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 Da, achte mal runter. Gut. Und unten schon? Autoteile, haben wir schon, okay. Oder? Ja, haben wir schon. Ja. 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 perfekt 31 05 moment ich schaue das ist ein container mit materialien für weitere container na gut ich hoffe gehört ok ich kann nur auf diesem hier nicht lesen nein die ist zu stark beschädigt weil die dinge so gut gelaufen sind du musst den weg da rein finden die nummer wird doch da drin sein drinnen sie ziemlich ich bin mir sicher dass du da reinkommst macht nichts wenn du ihn kaputt machst probiere es einfach aus ich bin mir in die spalte vorsicht gerate nicht unter ihnen aufprall er ist in einer höhle darunter durchgebrochen der inhalt kommt raus der stürz hat ihm geknackt spielzeug ok last was ist ziemlich das ist wie kam das hierher also diese hülle ist doch viel zu das konnte hier nicht wenn du mich hören kannst hier unten ist ein wrack ein u-boot alt ich werfe mal einen blick drauf die verdrängung hier das hat den boden wohl mit wucht getroffen das macht keinen sinn auf jeden fall endete hier die geschichte vieler menschen eine crafting anleitung praktisch Minen ok ich kann Minen herstellen Minen kein reinkommen sieht wie Minen aus der Krieg ist 30 Jahre vorbei aber die Narben bleiben sichtbar der ganze Schrott verrottet aus dem Auge aus dem Sinn vielleicht kann ich hier eine Miene drauf machen kein reinkommen Gucken wir oben vielleicht kommen wir noch oben rein oder sowas Hallo Fisch Hallo Fisch ne ne ok du musst doch oben hier reinkommen oh warte U-boot betreten es wurde aber auch Zeit ha nützliches Zeug komm ich hier rein? ne ja schon hast du gleich eine Bombe dagegen hm hm ich würde sie meinen hm kann ich reinkommen hm 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 Warte mal die Minen ach da hab ich doch schon verkehrt die Tochter kann ich mehr reinkommen Y ne Y nicht ah tja wie komm ich da rein warte mal Plastik auf 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 zeichnung hey was das ähm warte ähm verloren container die haben doch haben wir gemacht hm ähm warte so ok ok damit koroll und schlosse aufbrechen kann was haben wir noch ok wie kann ich die jetzt starten ich tue jetzt x keine ahnung hm hm da mit ab den sowie Dreh das U-Boot. Na gut, das werden wir dann auch in der nächsten Folge machen. Ich habe es heute Spaß gemacht. Bist genauso spannend, was wir da in den U-Boot finden. Oder erstmal wieder mal reinkommen. Das ist das Problem. Gut, dann sage ich mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.